Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute, habe ich schon erwähnt, eine etwas größere Runde. Das liegt wieder an der Zusammenarbeit mit der Xing Gruppe oder der Xing Gruppen Freiberufler Projektmarkt. Ich hoffe ehrlicherweise bei dem Thema, wie finde ich als Selbstständiger eigentlich den richtigen Steuerberater oder die richtige Steuerberaterin. Es sind nicht zu viele von unseren Mandanten da, weil ich hoffe, ihr habt nicht vor zeitnah den Steuerberater zu wechseln, aber ich erzähle euch trotzdem alle gerne meine Tipps und Tricks. Aufgabe ist klar, wie finde ich den richtigen Steuerberater? So, da sollte ich sein. Unsere Agenda für heute. Generell möchte ich auf die Frage eingehen, wann lohnt sich eigentlich ein Outsourcing an einen Steuerberater? Das heißt, ein Steuerberater macht nicht immer Sinn. Ich habe heute Morgen erst eine E-Mail von einem Kunden bekommen, mit dem habe ich vor einem halben, dreiviertel Jahr gesprochen. Der hat gerade angefangen zu gründen und so weiter und ich habe ihm gesagt, weißt du was, mach erstmal Umsatz, starte erstmal, bringe alle Prozesse ins Laufen und so. Selbstständigkeit ist ja mehr als nur Steuern und Buchhaltung, deswegen mach erstmal allein. Deswegen lohnt sich nicht immer und das werde ich euch an dieser Stelle auch ganz klar sagen, es lohnt sich halt wirklich auch in vielen Fällen nicht. Dann brauchst du halt ein gutes Setup, wie du es selber machen kannst. Dann habe ich fünf Punkte. Also es ist meine Erfahrung, würde ich mal sagen, sowohl aus der Steuerberatung als auch als Selbstständiger gibt es fünf Punkte, auf die du bei der Auswahl des Steuerberaters besonders achten solltest. Und ich möchte anschließend nochmal darauf eingehen, was ist dein perfektes finanzielles Setup als Selbstständiger oder als Selbstständige. Das ist deswegen wichtig, entweder wenn ihr es selber macht, dann spart ihr euch eine ganze Menge Arbeit. Aber auch wenn ihr einen Steuerberater habt, ist es für euch günstiger, weil Steuerberater ganz häufig auch ab nach Zeit. Und wenn dein Steuerberater weniger zu tun hat mit deiner Buchhaltung, deiner Steuererklärung, dann ist es auch für dich günstiger. Das Problem so ein bisschen ist, Steuerberater sind selten, ich würde mal sagen, Prozessberater. Sie helfen wenig dabei, den richtigen Arbeitsprozess zu finden, sondern sie arbeiten häufig irgendwie ab einfach nur. Und das ist ungünstig, deswegen habe ich gesagt, ich bringe es mal hier rein. Reden wir hier an dieser Stelle mal darüber, was ist ein richtiges Setup. Und das häufigste, was ich höre, ist immer Tipps und Tricks, Steuerberaterrechnung zu reduzieren und so weiter. Gebe ich euch ein bisschen so einen Einblick darüber, was kann man da machen und wie solltet ihr idealerweise in dieses Gespräch reingehen und vielleicht auch, wie ist die Rechnung eigentlich aufgebaut. Das sind die Agenda-Punkte für heute, für jetzt die nächsten 50 Minuten. Die erste Frage ist, wann lohnt sich das Outsourcing eigentlich an einen Steuerberater? Und das ist ganz wichtig, weil ich das mitbekomme, gerade in der Steuerberatung, dass ganz viele, zumindest Leute, die anfangen, die in erster Linie angestellt waren, in erster Linie Steuern gespart haben wollen. Das funktioniert auch zum Teil, aber wenn du zum Beispiel angestellt bist und einen Steuerberater suchst, das ist jetzt kein Hexenwerk. Also es gibt Gesetze und Steuererklärungstools, mit denen du auch deine Steuererklärung selber machen kannst oder Buchhaltung selber machen kannst und so weiter, die sind ja auch so aufgebaut, dass sie das meistens zu deinen Gunsten machen. Und das ist jetzt, Steuerrecht ist nicht so die Raketenwissenschaft, dass ein Steuerberater plötzlich Tipps und Tricks ausgraben kann, von denen man noch nie gehört hat. Ihr könnt euch gerne, also wir laden auf diesem Kanal drei, vier Videos die Woche hoch, gerade alle immer für Freiberufler und Selbstständige, also in erster Linie für Solo-Selbstständige. Guckt euch gerne um, viel mehr andere Tipps kann euch ein Steuerberater auch nicht geben. Deswegen, ihr werdet fast nie eine Konstellation haben, wo der Steuerberater ernsthaft mehr Steuern spart, als er kostet. Das ist sehr, sehr selten der Fall. Das ist eigentlich nur dann der Fall, wenn ihr wirklich ein großes Unternehmen habt, wenn ihr unterschiedliche Gesellschaften habt mit Holdingstrukturen und sowas. Das kann man alles machen und da fängt es dann auch langsam an. Aber für diejenigen, vor allem euch, die auf jeden Fall 6-stelligen Jahresgewinn haben und so, dann kann das sein, dass euch ein Steuerberater tatsächlich auch mehr rausholt. Das ist in der Regel nicht der Fall oder reicht nicht ausschließlich aus. Was ein Steuerberater definitiv machen kann, er spart Zeit und er sollte auch Zeit sparen. Das heißt, wenn ihr einen Steuerberater habt, der eventuell unglaublich offline arbeitet und alle Papierbelege ausgedruckt haben möchte, jeden Monat und so weiter, und ihr habt das Gefühl, dass ihr irgendwie durch einen Steuerberater mehr Zeit investieren müsst, als wenn ihr es selber mal eben machen würdet, dann solltet ihr euch wirklich überlegen, ob das der richtige ist. Aber das ist definitiv ein Faktor, den müsst ihr auch immer mit einkalkulieren. Wenn ihr pro Monat 4 Stunden weniger Arbeit habt mit eurer Buchhaltung und eurer Steuer, dann ist das auch ein Ersparnis. Das heißt, ein Steuerberater ist halt nicht nur zum Zeitsparen da und ein Steuerberater ist ganz wesentlich dafür da, Stress zu sparen, weil ihr müsst euch nicht unbedingt selbst auf dem Laufenden halten. Beziehungsweise, wenn ihr den richtigen Steuerberater habt, dann müsst ihr euch nicht selbst auf dem Laufenden halten, weil der Steuerberater speziell das Wissen, was für euch wichtig ist, euch mitteilt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht alle generell Steuerblogs lesen und all diese Sachen müsst ihr nicht machen, weil ihr die Informationen direkt vom Steuerberater für euch aufbereitet bekommt. Das ist wichtig und das ist auch generell wichtig. Ihr unterschreibt in der Regel, wenn ihr Steuerberater beauftragt und eine Vertretungsform macht, das heißt, der Steuerberater vertritt euch vor dem Finanzamt. Ich habe das leider auch bei einigen Steuerberatern schon gesehen, dass dann einfach Steuerbescheide unkommentiert einfach weitergeleitet werden oder auch Briefe auch nicht näher erläutert werden oder so, sondern einfach unkommentiert einfach weitergeschickt werden an euch. Dann würde ich sagen, das ist kein guter Serviceansatz-Gedanke vom Steuerberater. Wenn das so ist, dann spart ihr euch ja keinen Stress, dann ist das irgendwie eure Poststelle, aber dafür dann so viel Geld auszugeben ist es dann auch nicht wert. Und natürlich müsst ihr euch überlegen, was es das wert ist. Das heißt, Kosten sparen, wirklich deutlich sechsstellig Jahresgewinn, dann kann das hinkommen. Zeit müsst ihr selber kalkulieren, was ist euer Stundensatz, wie viel Zeit würdet ihr ohne Steuerberater brauchen, wie viel braucht ihr mit Steuerberater. Das könnt ihr für euch durchkalkulieren. Und das Stresslevel ist auch bei jedem individuell. Also wenn ihr euch ein bisschen auskennt und manchmal, um ein Beispiel zu nehmen, meine Frau zum Beispiel, die hat eine Steuererklärung, keine Ahnung, also keine tiefere Ausbildung, ist aber auch seit Jahren selbstständig. Na klar, Steuererklärung machen wir zusammen, aber die laufende Buchhaltung macht sie trotzdem ganz gern, weil sie beim Buchhaltung machen das Gefühl hat, die Kontrolle über ihr Business zu haben und hat sie Spaß daran. Und wenn das der Fall ist, dann musst du das natürlich nicht abgeben. Aber gerade, wenn es bestimmte Sachen gibt, die steuerlich auch nicht so supereinfach sind und so, dann kann Steuerberater die natürlich viel Stress sparen. Erster wichtiger Punkt und das sehe ich tatsächlich ganz häufig, auch an dieser Stelle. Wir sind natürlich auch eine Steuerberatungsgesellschaft. Wir haben hunderte Mandanten und ich höre natürlich auch wahnsinnig viel. Ich unterhalte mich mit vielen Mandanten, auch was sie vorher gemacht haben. Ich selbst habe drei, vier Steuerberater schon gehabt und ganz, 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 ganz wichtig ist, dass der Steuerberater sich mit eurem Geschäftsmodell auskennt. Das ist bei ganz vielen Kanzleien nämlich nicht der Fall. Das heißt, er muss auch so digitalisiert sein wie ihr. Das heißt, er muss quasi in Anführungszeichen in eurer Welt und eurem Digitalisierungsgrad auch entsprechen. Wenn ihr IT-Freelancer seid und ihr habt alles automatisiert und müsst dann am Ende alles ausdrucken, uns den Steuerberater zu geben, das ist nicht so richtig gut. Was wir ganz häufig haben, ist von Leuten, die gerade im Internet arbeiten, so Webseiten betreuen und so Affiliate-Marketing, Influencer sein, aber auch Programmierleistungen und dann nicht direkt bezahlt werden, sondern anteilig am Projekterfolg und so unterschiedliche Konstrukte, ESOPS, Kryptowährungen. Das heißt, wenn quasi euer Steuerberater sich nicht auskennt mit den Themen, die für dich steuerlich relevant sind, dann wird das ganz schwierig, weil so ein Steuerberater ist so ein bisschen wie so ein Allgemeinmediziner und ich nehme den Vergleich ganz gern. Wenn du zum Arzt gehst, dann weißt du ja auch, ich habe meinen Knochen gebrochen, ich brauche jetzt einen bestimmten Arzt, ich habe was mit meinen Ohren, dann gehe ich zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder ich muss zum Chirurgen oder ich muss zum Frauenarzt. Also ihr wisst, es gibt Spezialisten. Bei Ärzten ist das vollkommen üblich, bei Rechtsanwälten auch. Wenn ich einen Verkehrsunfall habe, gehe ich ja nicht zum Gesellschaftsrechtler oder zum Familienanwalt. Dann weiß ich, wenn ich einen Autounfall hatte, dann gehe ich halt zum Verkehrsrechtler. Das heißt, da gibt es diese Spezialisierung. Das gibt es bei Steuerberatern komischerweise nicht, also bei den allermeisten Steuerberatern nicht. Das heißt, ihr solltet einen Steuerberater haben, der sich wirklich in deinem Fall auskennt. Bei Anwälten und Ärzten ergibt das überhaupt keinen Sinn. Bei Steuerberatern ist das aber eher üblich, dass man so einen Bauchladenanbieter hat. Und das sorgt halt natürlich dafür, dass sich die Steuerberater in der Tiefe nicht so auskennen. Ein ganz krasses Thema ist immer so E-Commerce, internationale Geschäftsbeziehungen usw. Wenn sich euer Steuerberater dann nicht auskennt und ihr dem Steuerberater erstmal euer Geschäftsmodell also grundlegend überhaupt erstmal erklären müsst, dann wird das tatsächlich schwierig. Und das bezieht sich sowohl auf den Digitalisierungsgrad als auch auf die Branche. Ein anderer Punkt, den ich auch immer höre, ist, er muss halt irgendwie vor Ort sein und die regionalen Umstände kennen. In den seltensten Fällen ja. Also wenn ihr einen landwirtschaftlichen Betrieb habt, und das ist irgendwie ganz speziell jetzt bei euch, keine Ahnung, weil ihr wohnt in Dithmarschen und baut Kohl, keine Ahnung, als Beispiel, dann kann das sein, dass ihr dann einen Steuerberater habt, der auch mal vorbeikommt und mit euch die Vieheinheiten durchzählt. Das ist vollkommen in Ordnung, dann kann das Sinn ergeben. Aber wenn ihr, ich will mal sagen, wenn ihr jemand seid, der so ein, ich nenne sie mal knowledge worker, das heißt, wenn ihr irgendwie in erster Linie mit eurem Kopf, eurem Handy und eurem Laptop arbeitet, dann könnt ihr arbeiten, von wo ihr wollt und dann braucht ihr den Steuerberater, den braucht ihr nicht zwingend einen Steuerberater, der jetzt in der Straße weiter wohnt. Das ist überhaupt nicht notwendig. Wichtig ist natürlich, dass die Prozesse dann so digital abgebildet sind, dass man dann auch so miteinander arbeiten kann. Genau, so viel dazu. Der Steuerberater sollte sich wirklich mit deiner Branche auskennen, mit deiner Berufsgruppe auskennen und wenn das nicht der Fall ist, generell, wenn dieser Steuerberater keine Spezialisierung hat, dann ist das meiner Meinung nach schwierig, weil er kann dann nie so gut sein. Das ist so wie ein Hausarzt, der anfängt zu operieren. Das kann nie so gut werden, als wenn du direkt zum Chirurgen gehst. Ein zweiter Punkt und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist die persönliche Ebene. Die persönliche Ebene dem Steuerberater muss unbedingt passen. Auch ich hatte einen Steuerberater, der war fachlich einwandfrei, top. Aber ja, ich würde mal sagen, die Ebene war etwas unterkühlt und das ist schwierig, weil ihr in eurem Leben habt ganz viele Situationen, die auf die Steuerauswirkungen haben, die ganz privat sind. Das heißt, keine Ahnung, ihr heiratet, ihr lasst euch scheiden, ihr kriegt Kinder, ihr habt eine schwere Krankheit, eure Kinder haben eine Behinderung, ihr habt ein außereheliches Kind von der Ehefrau und ihr wollt das trotzdem ansetzen. Keine Ahnung, komische Beispiele, aber all das hat ja Impact auf eure steuerliche Situation. Und wenn ihr da mit einem Menschen zu tun habt, wo ihr das Gefühl habt, irgendwie passt das nicht so richtig, und ich vertraue der Person nicht und ich möchte mit dieser Person nicht über meine privaten Dinge sprechen, dann ist es der Falsche. Ganz klar, dann ist es auf jeden Fall der Falsche. Ihr werdet gemeinsam eure Lebenssituation, alle Hochs und Tiefs gemeinsam durchgehen und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn das nicht gegeben ist, wird es schwierig und man sollte sich ja über Regenwetter Gedanken machen, wenn die Sonne scheint. Und das heißt, wenn am Anfang alles in Ordnung ist, macht ihr trotzdem Gedanken, würdet ihr auch in schlechten, schwierigen Situationen, wäre das ein Partner oder eine Partnerin, auf die ihr vertrauen würdet. Und genau, das sollte absolut wichtiges Entscheidungsmerkmal für dich sein. Ein Thema zum Preis. Natürlich, auch wenn ich sage, der Steuerberater ist es eher unüblich, dass ein Steuerberater sofort das Geld rein holt, was er kostet, ist der Preis natürlich nicht egal, muss ich ehrlicherweise sagen. Das schneide ich mir vielleicht auch ein bisschen selber ins Fleisch, weil, wie gesagt, wir sind jetzt Steuerberatung. Aber natürlich ist der Preis ausschlaggebend auch für eine Steuerberatung. Und ein wichtiger Punkt, ein kostenloses, also ein Erstgespräch, ein Kennenlernen, ein Angebot, das alles sollte kostenlos sein. Ich kriege das manchmal mit, dass Leute einen Steuerberater suchen und quasi das erste Mal mit dem Steuerberater reden wollen und ihn einfach mal kennenlernen wollen und dafür schon gleich was bezahlen sollen oder vorher den Vertrag unterschreiben sollen. Gleich Alarmglocke an, das ist schon mal der falsche. Das heißt, das Kennenlernen auf jeden Fall, das sollte nicht extra kosten. Und grundsätzlich zum Preis einmal. Es gibt eine Steuerberatervergütungsverordnung, das heißt, es gibt quasi ein Gesetz, um korrekt zu sein, es gibt eine Verordnung, die vorschreibt, wieviel Steuerberater abrechnen sollen. Ehrlich, meine Meinung, das ist der Wahnsinn. Also warum gibt es sowas? Also ich will mich nicht beschweren, weil das ist ja auch zu meinem Wohl. Aber stellt euch das mal vor, ihr seid jetzt Webdesigner und es gibt ein Gesetz, was vorschreibt, wieviel ein Webdesigner abrechnen muss, sowohl nach unten als auch nach oben. Und ihr seid, das ist sowas von kundenunfreundlich, aber das gibt es. Und da kann auch ein Steuerberater für euch keine Ausnahme machen. Das heißt, wenn ihr einen Steuerberater sucht, der kann für euch da keine Ausnahme machen. Der muss tatsächlich sich an diese Steuerberatervergütungsverordnung halten. Und euer Preis, den ihr für einen Steuerberater zahlt, der ist immer irgendwie abhängig von dem Gegenstandswert. Der Gegenstandswert ist meistens ein Umsatz, ein Gewinn, ein Einkommen, je nachdem wofür sie es abrechnen. Und es gibt eine gute Seite, die leider grandios hässlich ist. Das muss ich halt leider so sagen, die ist wirklich hässlich, aber das gucken wir uns idealerweise mal zusammen an. Und ja, es tut mir leid, sie sieht halt leider echt so aus. Also wahnsinnig viel Werbung oben, ihr müsst einfach mal runterscrollen und dann seht ihr unten, ich habe es euch gesagt, sorry, sie ist halt wirklich hässlich. Aber ihr seht hier unten einmal, was ihr alles beim Steuerberater haben könnt. Das heißt eine Bilanz, ein Anhang, eine Einnahmenüberschussrechnung, eine Einkommensteuererklärung, eine gesonderte Feststellung, Körperschaftsteuererklärung, Gewerbesteuerung, bla bla bla. Das könnt ihr selber lesen. Hier der Gegenstandswert. Und da könnt ihr das mal einstellen. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, was kostet eigentlich eine Einnahmenüberschussrechnung, dann tragt ihr hier den Gegenstandswert, das ist jetzt in dem Fall ein Umsatz, könnt ihr halt eintragen. Da trage ich einfach mal ein, 100.000 € und dann habt ihr immer eine Mindestgebühr. Das heißt, was muss mindestens abgerechnet werden? Das sind 156 € für eine Einnahmenüberschussrechnung. Die Mittelgebühr ist 389 € und 622 € ist der höchste. Das heißt, ein Steuerberater muss immer zwischen 156 € und 622 € abrechnen. Soweit, so gut. Das ist erstmal irgendwie okay, aber in dieser Bandbreite muss es nutzen. Deswegen kann man da nicht so einen super krassen Discount geben, also so einen ganz extremen Discount geben. Man kann da nicht so einen extremen Discount geben. Guckt euch das gerne an, speichert euch das gerne ab den Link und klickt da gerne das mal durch, auch für eure Zahlen usw. Wichtig ist natürlich, wenn ihr einmal eine Steuererklärung macht, also ihr selbstständig seid, dann müsst ihr euch überlegen, ihr braucht auf jeden Fall eine Einnahmenüberschussrechnung, eine Einkommensteuererklärung, eine Umsatzsteuererklärung und gegebenenfalls, wenn ihr Gewerbetreibender seid, auch eine Gewerbesteuererklärung. Das heißt, das kommt alles zusammen. Da kommen auch meistens noch irgendwelche Auslagen und Pauschalen und so ein Zeugs, aber das sind so die wesentlichen großen Faktoren. Wenn ich jetzt sage, wie wähle ich denn meinen richtigen Steuerberater aus, dann kann ich natürlich nach dem Preis gehen und ihr könnt auch da einfach mal reingucken, wie viel ihr denn ungefähr, also was so die Bandbreite ist, was ihr zahlen würdet. Aber meiner Erfahrung nach ist Planungssicherheit immer wichtiger als der absolut niedrigste Preis. Das heißt, wenn ihr vorher wisst, was ihr zahlt und ihr habt eine verlässliche Aussage von dem Steuerberater, dann ist das teilweise besser, als wenn ihr so ein Ryanair Geschäftsmodell habt, wo ihr zwar einen super niedrigen Preis ausgehandelt habt, aber für jede E-Mail und jedes Zehn-Minuten-Telefonat und alles immer eine extra Rechnung bekommt. Das ist halt wie ein Ryanair, da fliegst du halt für 9,99 €, musst aber am Ende für Koffer und Haustier und zweiten Koffer und Rucksack und Verpflegung und was auch immer alles dazukommt nochmal, musst du alles extra bezahlen und am Ende bist du eigentlich viel teurer, als wenn du mit einer anderen Airline geflogen wärst. Es kann günstiger sein, weißt du aber halt vorher nicht. Und meiner Erfahrung nach ist eine Planungssicherheit viel besser. Das heißt, idealerweise habt ihr irgendwie so eine pauschale Ansage, weil das Nervigste beim Steuerberater ist, der macht die ganze Buchhaltung, die ganze Steuererklärung, werdet ihr erstens super bitterböse überrascht von der Steuernachzahlung und müsst da ordentlich blechen und zweitens werdet ihr genauso kalt erwischt von der Steuerberaterrechnung, weil der plötzlich Sachen abrechnet oder die sie plötzlich Sachen abrechnet, von der er noch nie etwas gehört und noch nie gesehen hat und die gar nicht wusste, dass ihr das eigentlich braucht. Deswegen ist es da wichtig und wäre auch mein Anliegen, lasst euch vorher ein Angebot machen. Und falls ein Steuerberater dabei ist, es tut mir leid, das zu sagen. Es hassen viele Steuerberater, dass ich sowas sage. Lasst euch vorher mal eine Ansage machen, wieviel das denn kostet. Zumindest, wenn sie sich schon nicht 100% auf den Preis festlegen lassen, nagelt die auch darauf fest, dass sie in diesem Preisrahmen bleiben. Das ist meiner Erfahrung nach deutlich wichtiger als jetzt unbedingt auf Teufelkummer aus den günstigsten Preis. LP Drache fragt, wie ist das denn bei Contest, weil es ja dort ein Angebot gibt für 99€. Das würde doch nicht hinhauen für alles, was dort angeboten wird oder irre ich mich, wenn man dann nach dem Preis von der Seite geht. LP Drache, doch und zwar haben wir uns genau auf die Minimallinie gesetzt, quasi auf den Mindestplatz, der wird abgerechnet. Die 99€ gelten deswegen bis zu einem gewissen Umsatz. Das heißt, wenn du jetzt extrem viel mehr Umsatz machst, dann steigen die 99€ auch auf 149€ im Monat. Aber quasi unsere Benchmark ist immer der Minimumsatz, den wir abrechnen müssen. Und wir haben eine feste monatliche Pauschale. Es kann sein, dass die Dinge, die ich eben erwähnt habe, eine Betriebsprüfung, ihr Erbschaftsfall, eine Anschaffung einer Immobilie, so diese Sachen, die wirklich extra on top sind, die man nicht in eine Pauschale reinpacken kann, die würden wir extra abrechnen, würden wir vorher auch immer sagen, aber wir gehen davon aus, dass es so viel Arbeit ist. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr, keine Ahnung, die Schenkungssteuererklärung selber macht oder ob ihr die machen sollt, oder ob mich jemand anderen dafür sucht, alles fein, aber das würde immer extra abgerechnet werden. Aber wir haben für die laufende Buchhaltung Einnahmenüberschussrechnung und Steuererklärungen quasi diesen monatlichen Pauschalenpreis. Eine sehr gute Frage von Kathmandu. Können Steuerberaterkosten auch steuerlich abgesetzt werden? Ja, unbedingt. Kann man nicht ganz genau so sagen, weil die Kosten für die private Steuererklärung, die dürfen nicht abgesetzt werden, auch in der Buchhaltung quasi nicht als Betriebsausgabe, weil die private Steuererklärung ist eine private Steuererklärung, die dürft ihr doch nicht als Betriebsausgabe absetzen. Das heißt für die ganzen geschäftlichen Teile ganz normal als Geschäftsausgabe könnt ihr 100% absetzen, den Teil für die private Einkommensteuererklärung den leider nicht. Ein anderer Punkt, der für mich wahnsinnig wichtig ist, ist die Serviceorientierung. Viele Steuerberater sind unglaublich reaktiv. Das heißt, wenn du eine Frage hast, dann fangen sie mal an nachzudenken und zu überlegen, was denn so sein könnte. Um euch ein Beispiel zu geben, ihr startet mit eurem Business, ihr gründet und so weiter. Ihr gründet als Kleinunternehmer, Kleinunternehmerin, das geht nur bis zum Jahresumsatz von 22.000 € und dann macht eure Buchhaltung. Ihr habt gar nicht gemerkt, dass ihr über 22.000 € seid, weil der Steuerberater die Buchhaltung noch nicht fertig hat, weil ihr müsst das halt auch nur jährlich machen als Kleinunternehmer, dann reicht ihr das irgendwann ein. Es ist September und der Steuerberater macht die Buchhaltung für das Vorjahr und sieht dann, du bist jetzt ja bei 25.000 € Umsatz, du bist ja gar kein Kleinunternehmer mehr, ach übrigens seit Januar schon nicht mehr, korrigier doch mal bitte alle Rechnungen seit Januar 9 Monate zurück. Das ist so ein klassisches Ding, was immer mal wieder passiert. Das ist eine Katastrophe. Das ist einmal bei Kleinunternehmerregelungen, das ist aber auch Überschreitung von Bilanzierungspflicht und nicht. Das ist aber auch bei Rechnungen sind falsch, keine Ahnung, Bewirtungsbeleg nicht richtig ausgefüllt, der wird dann eingereicht, der Steuerberater sieht ihn dann nach 3-4 Monaten und dann kann er mir manchmal, wenn er motiviert ist, mir Feedback geben, das reicht nicht und so. Dann muss ich darüber nachdenken, mit wem war ich denn vor 5 Monaten nochmal essen, habe ich schon wieder vergessen, hoffentlich habe ich meinen Kalender aktuell gehabt. Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, wie kann schnelle, proaktive Beratung, auch so ein Sparringspartner, wie schnell ist auch dein Steuerberater erreichbar? Das heißt, wenn du ihm jetzt eine E-Mail schreibst und er antwortet die nächsten 3 Wochen nicht, schwierig irgendwie. Und was ich vorhin gesagt habe, erste Beratung konsequent, muss kostenlos sein. Wenn er dir eine E-Mail schreibt, wie schnell reagiert er? Das heißt, wie greifbar ist da jemand? Das sollte unbedingt wichtig sein. Auch Öffnungszeiten. Das heißt, von wann bis wann arbeitet er? Wenn ihr mal versucht, selbst beim Finanzamt anzurufen, wisst ihr, dass bei den meisten Finanzämtern das Telefon nur an ist von 10 Uhr bis 10 Uhr 23. Und davor und danach erreicht ihr halt niemanden. Wenn dein Steuerberater nicht besser erreichbar ist, weil er um 10 Uhr 24 das Telefon auch ausmacht, dann könnt ihr es auch selber machen oder ihr sucht einen anderen Steuerberater. Also dieses, wie die Beratung funktioniert, ist extrem wichtig und da solltet ihr auch drüber nachdenken. Oder fragt einfach auch aktiv, wie wird das sichergestellt oder wie könnt ihr gewährleisten? Oder du als Steuerberater, Steuerberaterin liebe, wie kannst du gewährleisten, dass ich aktiv beraten werde? Wie kannst du gewährleisten, dass ich nicht 9 Monate später erfahre, dass ich jetzt kein kleiner Unternehmer mehr war und jetzt alle Rechnung korrigieren muss? Weil ganz ehrlich, hätte ich meine Buchhaltung selbst gemacht, hätte ich sofort gesehen. Und das ist extrem wichtig und das solltet ihr unbedingt fragen. Und wenn da keine vernünftige Antwort kommt oder die Antwort auch erst nach 2 Wochen kommt, dann habt ihr eure Antwort schon. Ein Punkt noch zum Thema fachliche Qualifikation. Gerade, weil ich vorhin so ein bisschen auf Steuerberater drauf gehauen habe und gesagt habe, das ist so, als wenn du vom Hausarzt operiert wirst, überleg mal, ob das richtig ist. Stimmt, das ist eine Spezialisierung auf eine Branche, auf eine bestimmte Zielgruppe, das alles bleibt hundertprozentig. Aber die Steuerberaterprüfung ist die härteste Prüfung, eine der härtesten Prüfungen, die du in Deutschland ablegen kannst. Das heißt, jeder, der sich Steuerberater nennt oder auch Steuerberatung nennt, das ist ein geschützter Begriff. Da steckt so viel Know-how drin. Und das ist halt, also ihr könnt sicher sein, dass wenn ihr vor einem Steuerberater oder Steuerberaterin sitzt, dass diese Person was auf dem Kasten hat und dass die auch zumindest die alltäglichen Dinge auch sofort weiß. Und auch denn, wenn sie nicht weiß, genau weiß, wo sie nachgucken muss und so weiter. Weil Prüfung ist wahnsinnig anspruchsvoll und auch wenn ihr einen Elternsteuerberater habt, es gibt eine Fortbildungspflicht. Das heißt, die Steuerberater müssen sich weiterqualifizieren und fortbilden. Und deswegen ist die fachliche Qualifikation nicht wirklich ein Auswahlkriterium. Manchmal ist es bei sehr, sehr alten Steuerberater, das heißt, wenn jetzt irgendein Steuerberater 60, 65 plus, der oder die eigentlich mehr oder weniger nur noch auf die Rente wartet, da muss man schon sagen, manchmal haben sie die aktuellen Regeln nicht so auf dem Kopf, gerade wenn ihr in einem, ich würde mal sagen, moderneren Umfeld arbeitet. Da waren jetzt einige IT-Freelancer dabei. So ein IT-Freelancer, der arbeitet natürlich ganz anders als der Steuerberater, der vielleicht vor 20 Jahren das letzte Mal sich intensiv mit rechtlichen Neuerungen auseinandergesetzt hat. Deswegen problematisch manchmal bei sehr alten, ich würde mal sagen, aber alle, die noch voll im Saft stehen, voll auch aktiv sind, auch in gewisser Weise, sie sind ja selbst Selbstständiger oder Unternehmer, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Fachliche Qualifikation ist deswegen nicht wirklich ein Auswahlkriterium, wonach ihr einen Steuerberater auswählen braucht oder müsst ihr auch nicht überprüfen, ob er fachlich qualifiziert genug ist. Der einzige Indikator wäre für mich immer, ist er spezialisiert auf eine Zielgruppe. Dein bestes finanzielles Setup als Selbstständiger und das ist relativ wichtig, also es ist wichtig für euch, wenn ihr es selber macht, dass ihr weniger Aufwand habt, wenn ihr einen Steuerberater habt, dass ihr weniger abrechnet und weniger Arbeit habt. Ihr solltet unbedingt bitte, wenn ihr selbstständig seid, ein separates Geschäftskonto haben. Ich sehe das immer mal wieder, auch gerade bei Leuten, die gerade gründen, die lassen alles Privatsachen und geschäftliche Sachen alles über ein Konto laufen. Bitte nein, bitte wirklich klar trennen, über das Geschäftskonto nur geschäftliche Dinge abwickeln, über das Privatkonto nur private Dinge abwickeln. Ihr könnt zwischen diesen Konten Geld überweisen, wie ihr wollt. Das hat auch übrigens, wenn ihr Einzelunternehmen seid, steuerlich überhaupt gar keine Auswirkungen. Das höre ich manchmal, dass Leute Angst haben, sich Geld hin und her zu überweisen. Das könnt ihr meinetwegen hunderte, tausende Male machen und es wird keinen Cent Steuern entstehen. Das heißt, nur weil ihr euch Geld entnehmt vom Geschäftskonto auf das Privatkonto entsteht keine Steuer. Da gibt es manchmal ein bisschen Verwirrung, gerade in Social-Media-Gruppen und so weiter diskutiert. Manchmal einfach verwirrend hat den Hintergrund, wenn du eine GmbH hast oder eine AG hast oder eine UG hast, dann geht das nicht so einfach. Wenn du aber Solo selbstständig bist, wenn du Personengesellschaft hast, dann kannst du das einfach tun. Die Buchhaltung kannst du selber machen. Du kannst dir einen Buchhalter geben, hatten wir vorhin auch das Beispiel. Wichtig da ist aber, dass der Buchhalter und der Steuerberater sich schon kennen und nicht, dass du dir irgendwie einen Buchhalter und den Steuerberater raussuchst, weil wenn die Connection nicht passt, dann hast du am Ende das Problem, weil du doppelt bezahlen musst. Oder du gibst halt alles auch an einen Steuerberater. Dann muss quasi ein Jahresabschluss gemacht werden. Ein Jahresabschluss oder eine Einnahmenüberschussrechnung ist quasi der Abschluss der Buchhaltung. Das heißt, du hast eine Einnahmenüberschussrechnung oder eine G&V. Bei den meisten Solo-Selbstständigen und Freiberuflern ist es halt die Anlage EÜR. Das ist auch noch Teil der geschäftlichen Tätigkeit. Das ist quasi euer Finale von der Buchhaltung pro Jahr, so wird das berechnet. Dann gibt es betriebliche Steuererklärung und auch den Jahresabschluss und die Steuererklärung, die sollte man immer zusammen an einen Dienstleister geben. Aber ihr könnt, wenn ihr eine Buchhaltung macht, z.B. mit LexOffice oder mit Debitor oder mit Papierkram, das Heftes, ihr wisst alle, die es da so gibt. Das könnt ihr z.B. Buchhaltung machen und könnt dann für den Jahresabschluss und dann die betrieblichen Steuererklärung, das ist Gewerbesteuer und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer natürlich nur, wenn ihr kein Freiberufler seid, und die private Steuererklärung. Private Steuererklärung, das ist auch häufiger der Fall, dass wenn ihr z.B. verheiratet seid, dann habt ihr vielleicht einen Steuerberater, der sich um die ganzen privaten Angelegenheiten kümmert, weil dann nochmal eine Erbengemeinschaft und eine Immobilie und all solche Sachen mit dabei sind. Es kann durchaus sein, dass der Jahresabschluss und die betrieblichen Steuererklärung von einem anderen Steuerberater gemacht wird und dann kriegt ihr quasi die Anlage EUR und die kriegt dann der andere Steuerberater, der das quasi mit in eine privaten Steuererklärung quasi einarbeitet. Wichtig ist da natürlich, dass der Steuerberater, der als erstes arbeitet, nicht die größte Schnarchnase sein sollte und ein bisschen zackiger arbeiten sollte, damit der andere noch mehr als 2 Tage am Ende Zeit hat. Aber das könnt ihr natürlich alles trennen. Also Konto sowieso ein separater Anbieter, Buchhaltung kann ein separater Anbieter sein, könnt ihr auch selber machen. Auch ein Jahresabschluss Steuererklärung könnt ihr selber machen. Wichtig ist da auch das Vertrauen. Also auch ich habe z.B. mit dem Steuerberater irgendwann einen sehr, sehr guten Deal gehabt, also mit meinem ersten Steuerberater, und habe quasi bis zum Jahresabschluss selber alles gemacht und habe das selber gemacht, habe dann einmal unterschrieben, ich habe das selber gemacht für Fehler in der Anlage EUR und in der laufenden Buchhaltung übernehme ich die Verantwortung, habe quasi meinen Steuerberater befreit aus der Verpflichtung und habe das selber gemacht und die Zahlen übernommen und den ganzen Rest gemacht. Das geht. Das ist überhaupt gar nicht das Problem. Auch das wollen natürlich nicht alle Steuerberater haben, aber es geht grundsätzlich. Dann die Frage, wenn ich das dann alles so ordentlich mache und weiß, wie ich es machen soll, wie spare ich denn so ein bisschen Geld? Das höre ich eigentlich immer. Und vielleicht auch nur kurz zu, wie ist die Rechnung aufgebaut. Auch wenn es eigentlich offensichtlich ist, ich habe diese Frage ungelogen, ohne Scherz, bestimmt zehnmal in meinem Leben schon bekommen, die Steuerberaterberechnung berechnet sich nicht danach, wie viel Geld du wiederkommst. Auf keinen Fall. Wir haben es vorhin gehabt, die ganzen Gegenstandswerte, Umsatz, Einkommen, Bilanzsumme und solche Sachen, das sind die maßgeblichen Gegenstandswerte und die anhand der Bemessung. Ganz, ganz klar, es ist nicht eure Steuererstattung. Wäre auch Quatsch, um ehrlich zu sein, weil man kann die Vorauszahlungen, die ihr quartalsweise leistet, hoch und runter setzen. Und wenn Steuerberater abhängig an dem Ergebnis, also der Erstattung bezahlt werden würden, dann würden sie halt einfach die Vorauszahlungen hochsetzen, damit es am Ende auch eine hohe Steuererstattung gibt und sie eine hohe Rechnung haben. Ergibt keinen Sinn. Dieses saubere Trend von privaten Geschäftskontos und das ist nervig manchmal und es klingt auch vielleicht trivial, wenn ihr ordentlich seid. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sprechen, wir haben das bei ganz, ganz, ganz vielen Mandanten. Es ist immer wieder ein Thema, Mensch, hier guck mal, dein Wocheneinkauf bitte nicht über das Geschäftskonto bezahlen und du, wenn du eine Rechnung bezahlst für dein Unternehmen, bitte nicht vom Privatkonto. Das ist viel Arbeit, weil du als Steuerberater ja jeden, also du musst jedes Konto durchchecken, auf dem betriebliche Zahlungen da sind. Ihr müsst übrigens auch alle aufbewahren, das heißt, wenn ihr vom Privatkonto was geschäftliches bezahlt, müsst ihr auch diese Kontoauszüge zehn Jahre aufbewahren. Deswegen macht das ganz, ganz sauber, trennt das wirklich klar, zahlt euch monatlich sowas wie ein Gehalt aus, auf euer Privatkonto und trennt das sauber. Das sorgt schon mal dafür, also tatsächlich, ich saß vor Buchhaltungen, wo 20% der Transaktionen eigentlich nur relevant für die Buchhaltung sind. Und ja, ich hatte dann fünfmal so viel Arbeit und das ist halt doof, die Arbeit wurde natürlich irgendwie, der Gegenstand Wert war nicht höher, wir haben halt extra Stunden abgerechnet, weil ich mich da durchgearbeitet habe. Dann, das Thema ist jetzt schon ein paar Mal angefallen, die Buchhaltung muss ja nicht beim Steuerberater liegen. Das heißt, die könnt ihr selber machen, zum Beispiel LexOffice, Debitor und so weiter oder halt an den Buchhalter geben. Auch hier, die Connection muss halt stimmen. Und dann müsst ihr quasi, wenn ihr das denn vorbereitet habt, dann seid ihr quasi schon mal vorbereitet, dann geht ihr ja quasi in eine Art, ich würde mal sagen, Preisverhandlung. Aber das trifft nicht nur auf Steuerberater zu, das gilt halt immer. Statt hinzugehen und zu sagen, das ist mir zu teuer, zahle ich nicht, ist halt immer die Frage, was kann ich denn jetzt machen, damit ich weniger bezahle. Das ist mehr so ein psychologisches Verhandlungsgeschick, weil dadurch liegt der Ball beim Steuerberater und es ist gefühlt als neuer Status quo und gegeben, dass ihr weniger zahlt. Und er muss euch jetzt sagen, was ihr dafür tun sollt. Das ist dann halt so ein Punkt und da hilft es auch, holt euch mehrere Angebote ein. Das heißt, wenn ihr Steuerberater sucht, redet halt mit mehreren. Wenn das Erstgespräch kostenlos ist, ja, das dauert ein bisschen Zeit, bis ihr da vielleicht den richtigen gefunden habt. Das Erstgespräch sollte aber kostenlos sein. Jeder, der für das Erstgespräch Geld haben will, fällt sowieso schon mal raus aus der Auswahl, lasst euch halt zwei, drei Angebote geben und dann könnt ihr auch miteinander vergleichen. Und ganz wichtig, vereinbart Pauschalen. Wie gesagt, eine Pauschale wird nicht bis ins Allerletzte alles abdecken, aber wäre für euch auch ungünstig, wenn alles hundertprozentig drin ist, weil wie gesagt, dann müsstet ihr halt für Erbfälle und Häuserkäufe und Sterbefälle und Erbschaften und all diese Dinge müsstet ihr pauschal immer mitbezahlen, ergibt keinen Sinn. Also wir haben unsere Preise beispielsweise so kalkuliert, dass in 90-95% der Fälle keine Zusatzkosten anfallen und es gibt so ein paar Dinge, die halt statistisch einfach manchmal anfallen, zum Beispiel eine Betriebsprüfung, dafür machen wir dann halt ein separates Angebot. Aber für das ganze tägliche Handling, das Schriftverfälle schreiben wir nicht extra. Ich zeige euch das einfach mal kurz, wie quasi Contest aussieht, wie das bei uns funktioniert und so weiter, habe danach aber noch viel Zeit für alle Fragen. Ich würde aber tatsächlich gerne einmal rüberspringen. Grundsätzlich für alle, die von uns noch gar nichts gehört haben, wir sind halt Steuerberater, wir übernehmen alles, also wir sind Steuerberatungsgesellschaft in Anführungszeichen, irgendwie eine normale, langweilige Steuerberatung. Das heißt, wir machen die ganze laufende Buchhaltung, wir machen unsere Steuervorauszahlung anpassen, private, gewerbliche Steuererklärung, Einnahmenüberschussrechnung. Ihr kriegt außerdem, und das ist das Besondere, ihr habt quasi alles in einer App. Das heißt, ihr habt quasi die Steuerberatung und euer Bankkonto in einer App. Das heißt, ihr kriegt ein Geschäftskonto von der Contest GmbH und haben wir übrigens, by the way, sieht man vielleicht, handelsblatt wurden wir letztes Jahr als bestes Geschäftskonto ausgezeichnet. Wir haben eine Gründungsberatung, das heißt für diejenigen, die gerade anfangen und das alles ab einem Preis von 79 € im Monat. Das gilt halt insbesondere für diejenigen, die jetzt gerade gründen. Ihr habt das vorhin schon im Chat gesehen, unser Standardpreis ist 99 € und es geht dann teilweise hoch, je nach Umsatz, weil auch wir müssen uns an die Steuerberatervergütungsverordnung halten, geht hoch bis zu 149 € im Monat. Das hängt aber halt auch ein bisschen an eurem Umsatz. Das heißt, wenn das interessant für euch klingt, dann würde ich euch gerne einladen, dass wir uns halt auch mal darüber unterhalten, wie wir euch eventuell unterstützen können. Wichtig ist hier halt, Contest besteht aus mehreren Gesellschaften. Selbstverständlich, wir sind die Kontest-Steuerberatungsgesellschaft und wir machen die Steuerberatungsleistung. Wir sind kein Bankkonto. Es gibt eine Kontest GmbH, die macht das Bankkonto und wir sind die Kontest-Steuerberatungsgesellschaft. Wir machen halt die laufende Buchhaltung, die Steuergeschichten und so weiter. Das ist relativ klar. Wenn ihr uns quasi beauftragt, dann habt ihr das Bankkonto bei Kontest GmbH und seid Mandant bei der Kontest-Steuerberatungsgesellschaft. Es ist relativ wichtig, das ist quasi der Hinweis, der da unten steht. Das ist quasi das Paket, was ihr bei uns bekommen könnt. Also es gibt halt einen Kontest-Online-Banking-Zugang. Es ist natürlich kein Banking, es ist das Interface für alles Mögliche. Das sieht ziemlich genau so aus. Ihr seht in der Mitte oben euren Kontostand. Dann seht ihr unten eure ganzen Transaktionen. Das ist natürlich ein Demo-Account, aber ihr seht hier jetzt einen Geldeingang von der Kontest GmbH über 5.950 €. Deutsche Telekom ausgegeben und Marc Müller GmbH hat mir Geld überwiesen. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt einmal hier kurz da drauf gehe, muss ich mich wahrscheinlich kurz mal einloggen, weil es wahrscheinlich schon eine Weile her ist, dass ich mich eingeloggt habe, richtig. Also so sieht quasi der ganze Bereich von Kontest aus. Ihr seht oben die Transaktionen. Ihr könnt jetzt auf einzelne Transaktionen drauf gehen. Hier seht ihr jeweils geprüft vom Kontest Steuerservice. Das heißt, hier hat mein Buchhalter schon was getan. Ich kann das unterschiedlich kategorisieren. Das ist genau die Frage, die vorhin gewesen ist. Ich kann das wieder kategorisieren. Ich kann hier den Beleg hochladen. Das habe ich zum Beispiel gemacht, schon mal bei der Telekom. Da sieht man, hier ist der Beleg. Das kann ich hier über den Browser machen, indem ich einfach hier hingehe und dann eine Rechnung auswähle. Das heißt, ich kann dann einfach hier das hochladen. Ich habe natürlich aber auch die mobile App und kann einfach ein Foto machen. Das heißt, wenn ich einen Bewertungsbeleg habe, wenn ich eine Tankbewertung habe oder sowas, dann zahle ich mit der Kontest Visa Business Card und kann direkt ein Foto machen. Und wir als Steuerberater haben sofort diesen Beleg. Das heißt, wir können sofort buchen. Das ist auch der Grund, warum wir dir zum Beispiel viel schneller darauf hinweisen können, wenn dein Bewertungsbeleg nicht richtig ist. Weil wenn du ihn sofort abfotografierst, dann sehen wir ihn sofort. Da ist keinerlei Verzögerung. Wir sehen es alles in einer App. Sehen wir sofort. So sieht das Ganze aus. Wir brauchen natürlich am Quartalsende ein paar Unterlagen, um die Buchhaltung zu machen. Und dann könnt ihr hier oben immer auswählen, macht die fehlenden Überlege und so weiter. Ihr könnt natürlich auch Überweisungen machen. Alles, was ein Bankkonto kann. Hier Dauerauftrag, Terminüberweisung, Sammelüberweisung und so weiter. Was aber viel interessanter ist, ihr könnt halt auch Rechnung schreiben. Das heißt, ihr könnt jetzt hingehen und das Schöne ist, wenn ihr eine Rechnung schreibt mit Kontos und die wird anschließend bezahlt, dann wird die automatisch quasi gebucht anschließend. Oder jetzt wird ja angezeigt, hier guck mal, Marc Müller, die zweite Rechnung hat er irgendwie nicht bezahlt. Und dann kann ich mir das nochmal angucken, kann mir die auch nochmal runterladen, kann mir das irgendwie anschauen und fragen, warum hat er das eigentlich nicht bezahlt. Im Bereich Steuerservice seht ihr dann einmal die Kontaktdaten. Da könnt ihr dann jederzeit entweder im Chat einfach mit uns chatten, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben oder ihr könnt uns einfach anrufen, wenn ihr eine steuerliche Frage habt. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr eine Rechnung nach Österreich schreibt, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, euer Arbeitszimmer ausbaut und ihr nicht wisst, was ihr davon als häusliches Arbeitszimmer absetzen könnt und so weiter. Ihr seht aber auch in der Vergangenheit alle Umsatzsteuervoranmeldungen. Das heißt, ihr seht jetzt hier, was jeweils übermittelt worden ist und seht dann auch hier quasi alle Übertragungsprotokolle. Das heißt, ihr habt eine mobile App, Michelle hat eben auch nochmal die ganzen Tutorials gepostet von den Tutorials, also wie die mobile App aussieht, das bin ich technisch, ich weiß zwar theoretisch, wie es geht, aber es hat meistens nicht funktioniert, deswegen versucht es gar nicht diesmal. Schaut euch das gerne mal an, wie das aussieht. Das alles quasi in einer App und damit habt ihr quasi die laufende Buchhaltung und zwar die laufende Buchhaltung, die wird einfach im Hintergrund erledigt, die ihr gar nicht seht. Das heißt, ihr seht dann einfach quasi die Übertragungsprotokolle, habt natürlich zwischendrin immer die Möglichkeit zu sehen, was wir da gebucht haben und uns da zu benachrichtigen. Vorhin kam die Frage, ihr könnt es auch laufend, also solange der Monat noch läuft in Zukunft, könnt ihr das auch nochmal umkategorisieren. Ihr könnt Rechnung damit schreiben, ihr könnt eure Überweisung machen und so weiter. Und ihr seht auch in Zukunft, also daran arbeiten wir gerade, dass ihr so ein gesamtes steuerliches Dashboard habt, da kriegt ihr natürlich alle so eure ganzen monatlichen Auswertungen und so weiter, die kriegt ihr auch aktuell. Aktuell müsstet ihr uns immer über den Chat eine kurze Nachricht schreiben im Sinne von, ich brauche jetzt mal eine BWA, das rechnen wir auch nicht extra ab oder so, das ist alles quasi drin für Standardpreis 99 € im Monat. Da ist zum Beispiel halt diese monatliche BWA drin, da sind die Einnahmenüberschussrechnungen drin, die ganzen Steuererklärungen und so weiter. Und vor allem das Geschäftskonto mit einer meiner Meinung nach sehr hübschen Card. So, jetzt genug geredet, gerne alle Fragen zu allem in den Chat. Muss das Bankkonto bei euch sein, was ist mit Kreditkarten? Ja, das Bankkonto sollte bei uns sein, wir haben halt nur eine App. Ich erkläre dir nochmal ganz kurz, warum das so schön sein kann. Du sitzt quasi tatsächlich irgendwie Bewirtung, du bezahlst gerade mit der Contest-Karte, du kriegst den Push-Benachrichtigung von Contest, Mensch, du hast gerade eine Ausgabe, fotografiere doch direkt den Beleg, kannst du den Beleg fotografieren. Der ist in der exakt gleichen Sekunde direkt beim Steuerberater. Der Steuerberater kann die Buchung schon machen, du hast eine Anzeige in deinem Ding und wenn die dann nicht richtig ist, dann kriegst du direkt per Chat in der App als Antwort, das und das brauchen wir noch und so weiter. Das heißt, wir arbeiten wirklich dauerhaft an einer Buchhaltung absolut in Echtzeit und das ist der Grund, warum wir alles in einer App haben und wir haben uns dazu entschieden, quasi das Bankkonto fest dazu zu machen, weil wir dadurch wirklich immer auf aktuell sind. Das heißt, wenn du uns anrufst, ich sehe jetzt schon was passiert, wir haben nicht mehr diese großen Verzögerungen, dass am Ende des Jahres oder am Ende des Quartals irgendwas eingereicht und so weiter. Nein, wir haben halt jetzt schon den Überblick, das heißt, packt jetzt alles rein und wir haben jederzeit in Echtzeit quasi den Überblick und das ist, was wir versuchen und dadurch können wir auch euch oder dir aktiv im Alltag quasi Rat geben. Kreditkarte kommt ein bisschen darauf an, grundsätzlich kein absolutes K.O.-Kriterium, wenn du jetzt, ich habe schon Kreditkarten gesehen mit 150 Abbuchungen im Monat, dann wird das schwierig. Wenn du jetzt eine Kreditkarte hast mit 5-10 Abbuchungen oder so, dann kriegen wir das hin. Alexander Kirschke schreibt, würde man über euch eine Kreditkarte bekommen und was kostet die Jahresgebühr? Du bekommst von uns, also standardmäßig auch im Preis mit drin, ist quasi eine Visa Debit Card. Das ist ja keine richtige Kreditkarte, die hat aber gleiche Akzeptanz wie überall, wo du halt Visa benutzen kannst. Die kriegst du dazu ohne Extragebühr, das heißt, die ist mit drin. Wenn du jetzt noch eine separate Business, also American Express oder solche Sachen, den müsstest du dir dann separat holst, das kannst du natürlich mit dem Kontos Konto connecten, aber du hast quasi keine richtige Kreditkarte, sondern die Debitkarte. Matthias schreibt, zur Zeit bin ich freiberuflich, Katalogberuf. Kann ich, falls ich gewerblich anbieten, machen werde aus Steuerberatungssicht auch leicht zu einer Beratung? Matthias, du hast wahrscheinlich auch das Problem mit der Begrenzung der Zeichen, aber ich verstehe es nicht ganz. Zur Zeit bin ich freiberuflich. Kann ich, falls ich gewerbliches Anbieten machen werde, aus Steuerberatungssicht auch leicht zu einer Beratung für GmbH wechseln? Meinst du bei uns oder generell? Also generell, klar kannst du das machen. Bei uns würden wir das irgendwie immer über einen externen Partner machen, weil wir haben uns tatsächlich darauf spezialisiert, nur Selbstständige zu nehmen. Das heißt, wir nehmen nur Freiberufler und Gewerbetreiber, das sind nur Einzelunternehmen als Rechtsform. Wir könnten aber dir auch natürlich eine andere Alternativlösung finden, wenn du jetzt in eine GmbH wechseln möchtest. Wir helfen dir gerne auch bei der Entscheidungsfindung, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber bei jedem anderen Steuerberater, also das ist ja gerade die größte Schwäche von dem Steuerberater, also von den meisten Steuerberatern, dass sie irgendwie alles machen. Bei den allermeisten Steuerberatern ist das überhaupt kein Problem. Die freuen sich sogar darüber. Bei der GmbH, das ist immer der Nachteil davon, wirst du deutlich mehr zahlen, weil du brauchst eine Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz muss veröffentlicht werden, du brauchst eine Bilanz. Also es ist mehr Arbeit und bei der GmbH zahlst du mehr. Deswegen wird sich grundsätzlich jeder Steuerberater darüber freuen, weil sie mehr abrechnen können. Wir freuen uns nicht ganz so darüber, weil wir dich dann an einen unserer Partner vermitteln müssten. Katmandu schreibt, ich bin auf der Suche nach einer Steuerberatung, welche das Wort Beratung auch anbietet und nicht nur sogenannten Papierkram erledigt. Wie sieht es da bei euch aus? Ich habe das vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Für uns ist die absolute Grundlage, dadurch, dass wir das Bankkonto haben, sehen wir halt in Echtzeit, was passiert. Also ich kann jetzt nach, wie spät ist es, 18.19 Uhr, ich kann um 18.19 Uhr reingucken und sehe, was um 18.15 Uhr auf den Konten von unseren Mandaten passiert ist und ich kann jetzt schon direkt darauf reagieren und Hinweise geben. Wir arbeiten an einigen Mechanismen, das immer noch besser zu machen und noch mehr Hinweise zu geben und sowas, aber das ist der Grund, warum wir das alles machen. Wir wollen aktiver Sparringspartner und Begleiter werden im Alltag. Wir wollen dich darauf hinweisen, wenn du eine Rechnung schreibst und zwar sofort, wenn die Rechnung geschrieben wurde. Und all diese Dinge wollen wir machen. Du hast jederzeit die Möglichkeit uns zu kontaktieren. Also es dauert 24, 48 Stunden, je nachdem wie komplex das ist, aber du wirst mit deinem Problem grundsätzlich nicht allein gelassen. Das heißt innerhalb von 48 Stunden solltest du eine Antwort haben. Zumindest sollte die Lösungsfindung quasi irgendwie auf den Weg gebracht sein. Nicht jedes Problem lässt sich in 48 Stunden lösen, auch vor allem nicht, wenn das Finanzamt irgendwie involviert ist, aber die Lösung ist auf jeden Fall unterwegs. Das heißt, du erreichst uns jederzeit über die App, kannst uns chatten oder anrufen, aber auch wir haben gewisse Mechanismen. Ich habe zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, Umsatzgrenze von Kleinunternehmern. Das machen wir grundsätzlich bei allen unseren Mandanten, dass wir zum Beispiel da Anfang Dezember mal gucken, wo stehen die mit dem Umsatz. Und wenn sie dicht an dieser 22.000 € Grenze sind, dann kriegen sie eine kurze Nachricht und sagen, hier ein kurzer Hinweis, 22.000 € aus der Grenze, du bist schon drüber, also schreib bitte ab dem ersten mit Umsatzsteuerrechnung, hast du da eine Frage, ruf zurück. So ein bisschen sowas und daran, das ist quasi mein Hauptjob, das mitzuentwickeln und das ist der Anspruch, den wir haben. Ich muss ehrlicherweise sagen, geht da noch mehr? Ja, immer. Uns gibt es jetzt in dem Jahr, aber 100% Commitment auf dieses Ziel. Nilka schreibt, das ist dann bei euch die super Abhängigkeit und ihr könnt dann irgendwann die Preise extrem erhöhen. Was dann? Schau dich gerne auf unserer Webseite um, also kontis.com, dann kündigst du einfach die Steuerberatung und nutzt das Konto einfach und machst die Buchhaltung selbst mit LexOffice oder kündigst auch das Konto und gehst zur Sparkasse und suchst den Steuerberater um die Ecke. Das kannst du jederzeit machen, also bei uns ist die Abhängigkeit ja nicht größer als bei allen anderen. Es ist nicht der Plan, dass wir hier irgendwann ganz Leute reinholen und die Preise extrem anheben, überhaupt nicht. Du kannst ja jederzeit auch gehen, also wir haben eine monatliche Kündigung, wir können für dich deine Steuererklärung immer, also können wir nur machen, wenn du auch das ganze Jahr quasi da warst. Wir können nicht eine Steuererklärung jetzt von Oktober bis Dezember machen, das ist glaube ich relativ logisch, aber du kannst grundsätzlich jeden Monat gehen, dann kriegst du deine Daten und machst halt alleine weiter oder jemand anderes macht weiter. Also so groß ist die Abhängigkeit nicht. Ingo fragt, ist das ein echtes Bankkonto oder nur ein virtuelles buchhalterisches Konto? Das ist ein echtes Bankkonto mit deutscher IBAN, mit deutscher Einlagensicherung, mit Sitz in Berlin, mit Business Visa, Debit Card und so weiter. Christoph Backhaus schreibt, kann man aber nicht separat bekommen oder? Also ich kann nicht nur die Konto Steuerberatung buchen oder? Ohne Bankkonto? Nein, leider nicht. Müssen wir auch leider, wir lehnen wirklich auch von den Kunden, die sich bewerben, wir lehnen leider sehr, sehr, sehr viele ab, weil da dann halt irgendwie noch Sachen links und rechts läuft und so. Wir wollen für die, also insbesondere für die Knowledge Worker, also für die, die mit Gehirn, Handy und Laptop arbeiten, wollen wir die allerbeste Lösung ever schaffen. Für alle anderen sind wir dann halt nicht hundertprozentig passend. Zemtchen schreibt, das Hauptproblem mit LexWare ist für mich die richtige Zuordnung der Kontoauszugsposition zu einem Buchungskonten. Ist das bei eurer App eventuell einfacher? Ich habe mit LexWare ewig lang gearbeitet, du musst es halt gar nicht machen. Wir sind einfach kompletter Stolper, du musst gar nichts machen. Du musst Rechnung schreiben und das Konto benutzen, that's it. Also wirklich, du benutzt das ganz Bankkonto, du schreibst die Rechnungen und du fotografierst die Rechnung ab mit dem Handy. Mehr musst du nicht machen, du musst nichts zu sortieren, musst du alles nicht machen, machen wir alles für dich. Also da sitzen echte Buchhalter. Also Kontist Steuerberatung, wir haben da eine ganze Reihe an Buchhalter. Ich höre sie die ganze Zeit auch draußen vor der Tür. Die sitzen da und machen den ganzen Tag Buchhaltung. Lukas schreibt, ich möchte das Versuchskaninchen bei euch im Bereich E-Commerce werden. Ach Lukas, E-Commerce ist umsatzsteuerrechtlich echt schwierig. Ich weiß nicht, haben wir schon mal miteinander gesprochen? Also Lukas, E-Commerce ist grundsätzlich aktuell noch für alle anderen. E-Commerce ist bei uns ein absolutes Aufschlagskriterium. Bisher lehnen wir jeden Menschen ab, der irgendwie was mit E-Commerce macht. Es liegt daran, weil es umsatzsteuerrechtlich wahnsinnig aufwendig ist. Es liegt ein bisschen daran, was du machst und wie du es machst und so weiter. Wenn wir schon mal miteinander gesprochen haben, dann kennst du das Ganze. Alexander fragt, heißt das, dass im Umkehrschluss, wenn im Folgejahr deutlich weniger Umsatz im Forecast steht, dass sich eine Kostenpauschale vom Steuerberater auch reduziert? Wenn ja, wer legt den Wert fest? Der Wert, also der Gegenstandswert ist nicht dein Forecast, sondern dein tatsächlicher Umsatz. Du kriegst ja immer eine Abschlussrechnung, sobald alles getan ist. Aber ja, die Rechnung des Steuerberaters reduziert sich automatisch, wenn du weniger Umsatz oder weniger Gewinn machst und so weiter. Reduziert sich quasi, ohne dass du was tun musst, aber du kriegst die abschlussliche Rechnung immer erst dann, wenn die Steuererklärung gemacht wird. Das heißt, da ist es dann kein Forecast mehr. Das heißt, der wird nicht mit Planzahlen oder so weiter gerechnet, sondern da wird hundertprozentig einfach nur mit den echten Zahlen gerechnet. Nilka schreibt, wie bekommt ihr von Contest die Unterlagen? Werden die Rechnungen abfotografiert? Unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder fotografiert ihr die einfach mit dem Handy oder ihr schreibt die Rechnung über Contest, dann sind sie sowieso schon im System, oder ihr ladet die über den Browser hoch. Das ist auch das, was ich vorhin gezeigt hatte, wo ihr das direkt über den Browser hochladen könnt. Wir arbeiten auch dran, aber das ist aktuell noch nicht da. Es wird aber kommen, dass du zum Beispiel den E-Mail-Fach connecten kannst und wir ziehen uns dann einfach alles, was Invoice und Rechnung und Receipt, wie auch immer heißt, ziehen wir uns dann automatisch und connecten das automatisch. Das ist aktuell aber noch nicht da, leider. Samuel fragt, wie sieht es aus bei der Nutzung von Online-Buchhaltungsprogrammen LexOffice? Was geschieht, wenn man hier Fragen hat? Was wird wo gebucht? Sollte ein guter Steuerberater hier helfen? Meiner Meinung nach ja, ihr braucht da aber wirklich einen Steuerberater, der sich halt digital auskennt. Ich bin nicht LexOffice, ich weiß aber, dass LexOffice wirklich eng mit vielen Steuerberatern zusammenarbeitet. Wir machen immer wieder Events mit Steuerberatern, auch da sind wir regelmäßig da, deswegen weiß ich es zufällig. LexOffice kann dir viele Steuerberater empfehlen, die auch mit LexOffice gut umgehen können und die dir auch aufbauen und auf LexOffice weiterhelfen können. Das wäre zum Beispiel, wenn du mit LexOffice buchst und da bleiben möchtest und happy bist und so weiter. Frag mal LexOffice nach einer Empfehlung, die werden 100%ig eine haben. Norbert fragt, die Argumente für ein eigenes Geschäftskonto haben mich nicht überzeugt. Kannst du hier bitte nochmal genauer darauf eingehen? Klar, erstens einfach Ordnung, also wirklich Ordnung. Zweiter Punkt, also jetzt für mich, also auch in der Steuerberatung, wenn du weniger an deinen Steuerberater zahlen möchtest, dann solltest du ein Interesse daran haben, dem Steuerberater so wenig arbeiten wie möglich zu machen. Ich habe manchmal Kontoauszüge vor mir gehabt, wo wirklich nur jede fünfte, jede vierte, jede fünfte Transaktion mit dem Business zu tun hat. Aber ich muss ja trotzdem jede kontrollieren und dadurch habe ich natürlich, jetzt nicht fünfmal so viel Arbeit, aber doppelt so viel Arbeit, wie wenn es ein 100% reines Geschäftskonto gewesen wäre. Das ist so der Punkt. Das heißt, die Rechnung für Mandanten, die das durcheinander macht, vom Steuerberater, wird immer höher sein. Ich werde mich nie an der unteren Grenze der Gegenstandswerte orientieren, sondern immer an der oberen, weil ich weiß, da ist immer so viel privates Zeugs dabei. Der Punkt, wenn du es auch machst, du musst es halt offenlegen. Du musst zehn Jahre deine Buchhaltungsunterlagen aufbewahren. Das ist vielleicht für dich auch nicht so besonders attraktiv. Du musst halt dem Finanzamt unter Umständen alle deine privaten Transaktionen auch offenlegen, wenn es eine Betriebsprüfung gibt. Das mag dir vielleicht egal sein, ist aber halt nicht so ganz sexy. Also diese Ordnung und Überblick, die einfach geringeren Kosten beim Steuerberater und so, die Datenschutz auch gegenüber dem Finanzamt und so weiter, weil das Finanzamt hat keinen Anspruch, jetzt dein privates Konto komplett offen gelegt zu haben. Wenn du es aber alles über ein Konto abwickelst, musst du halt auch alle privaten Transaktionen das alles aufbewahren. Und es gibt halt auch kostenlose Geschäftskonten. Auch Kontist gibt es in der Free-Version. Du kannst auch einfach ein kostenloses Bankkonto haben, dann hast du ein separates kostenloses Bankkonto, also kostet für dich nicht extra, dann hast du es aber sauber getrennt und die ganzen Nachteile nicht. Wenn dich das nicht überzeugt, musst du ja auch nicht. Es gibt keine gesetzliche Pflicht, ein separates Geschäftskonto zu haben, ist nur tatsächlich meine wirklich ernsthaft gemeinte dringende Empfehlung. Matthias schreibt, Geld einfach zwischen privaten und betrieblichen Bankkonten hin und her zu überweisen, ist eventuell kritisch, wenn man in den betroffenen Jahren rückwirkend eine GmbH gründen will, oder? Grundsätzlich, solange du Einzelunternehmen bist, kannst du das tun. Wenn du rückwirkend etwas umwandeln willst, hui, dann zieht die Welt eben ein bisschen anders. Dann solltest du ein bisschen überlegen. Die Frage ist, inwieweit kannst du überhaupt rückwirkend ernsthaft noch eine GmbH gründen und rückwirkend Tatsachen schaffen oder inwieweit kannst du es nur für die Zukunft? Das ist ein sehr individueller Case. Auch da muss ich sagen, stecke ich nicht so viel drin. Ich habe in meinem Leben drei oder vier Einzelunternehmen in GmbHs umgewandelt. Das müsste ich tatsächlich selber nachlesen, aber grundsätzlich ist das alles bei einer GmbH schwieriger. Hans-Peter schreibt, wenn man frisch in die Selbstständigkeit starten will, würdest du direkt einen Steuerberater empfehlen oder geht erstmal ohne, bis genug Umsätze da sind? Grundsätzlich muss ich sagen, wenn du dich auskennst und auch vielleicht Bock hast, dich reinzuarbeiten, eine Gründung ganz am Anfang ist meistens noch nicht so kompliziert, würde ich dir tatsächlich empfehlen, mach es erstmal selber. Ich würde dich auch gerne aufnehmen. Das heißt, Hans, wenn du gerade gründen willst, ich kann dich auch gerne in deiner Gründung beraten, das kriegen wir ohne Probleme hin, dass wir uns da mal Zeit nehmen und gemeinsam deine Gründung besprechen und die ganze steuerliche Registrierung, aber je nachdem, wie du deine Umsätze planst, wenn das so eine Gründung ist, wo du dieses Jahr schon 100.000 Umsatz, 50.000 Umsatz und so und wirklich auch ernst davon leben kannst und du weißt, dass es auch so funktioniert, dann kannst du von vornherein mit dem Steuerberater arbeiten, wenn du jetzt sagst, ich probiere mich erstmal aus und so und habe auch eigentlich Lust auf Buchhaltung, mich da reinzuarbeiten und reinzufuchsen und so weiter, dann mach es selber. Zähne schreibt, was muss ich bei dem Wechsel beachten, wie kompliziert ist es? Nicht weiter kompliziert, also je nachdem, ob du vorher einen Steuerberater hattest oder nicht, muss das halt übertragen werden, aber du kannst tatsächlich bei uns, unterschreibst du auch die Vertretungsvollmacht für einen Steuerberater im Handy, das heißt, du schreibst dann halt so mit dem Finger auf dem Screen und unterschreibst du dann die Vertretungsvollmacht, du redest natürlich mit uns vorher, wir besprechen die ganzen nächsten Schritte, ab wann was übergehen soll und so weiter, ist aber, also von deiner Zeit, je nachdem wie aufwendig und wie komplex dein Business ist, das ist aber nicht mehr, also du kannst uns beauftragen, wenn du komplett den Self-Signup, also dieses Selbstdicht durchklickst und buchst und so weiter, sind das 20-30 Minuten Aufwand auf deiner Seite und den Rest übernehmen wir im Hintergrund. Wenn das jetzt ein komplexeres Ding ist, kann das länger dauern, aber auch da würde ich sagen, lasst uns mal quatschen einfach, also lasst uns wirklich ernsthaft reden. Es ist nicht so blöd, wenn ich sage, wir nehmen nicht jeden, aber es ist halt wirklich so, wir sind ja Dienstleister, wir sind Berater und dafür sollten wir uns halt einfach mal kennenlernen. Kann auch sein, dass ihr unter dem Link mich erwischt, kann aber auch sein, dass ihr einen von meinen Kollegen erwischt. Ich habe leider nicht die Zeit den ganzen Tag, jeden, der hier jetzt dabei war, abzutelefonieren. Florian fragt, ist es relevant, dass ein Steuerberater sich in der Branche seiner Kunden auskennt wegen der Tipps und so weiter? Ja, meiner Meinung nach sollte 100% ja ein absolutes Kernkriterium sein, sowohl auf deinen Geschäftsformen, also auch Einzelunternehmen, Freiberufler, GmbH und so weiter. Das sehe ich ganz häufig bei so großen Unternehmen, ich war selbst bei KPMG, das ist ein großes Unternehmen, mit Konzerne geprüft und beraten und so weiter. Und nur, weil ich einen geschlossenen Immobilienfonds mit einem Billionen Immobilienvermögen gut beraten kann, heißt das ja nicht, dass ich für ein Einzelunternehmen eine gute Einnahmenbeschlussrechnung erstellen kann und weiß, was ich jetzt für das Homeoffice und die Farbkosten und Verpflegungsmehraufwand absetzen kann. Zwei komplett unterschiedliche Dinge, deswegen ist es einmal die Rechtsform und es ist einmal die Branche, die bekannt sein sollte. Ansonsten, wenn da keine Fragen sind, ich bedanke mich bei euch, meine Stimme ist im Eimer. Hat mir Spaß gemacht und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.